Bruder! Er ist der Beste! Deine Spender! Man, dieser H*** Sohn! Gebt jetzt Krono Zinnover ein und schreibt doch in die Kommentare. Wir zocken mit euch. Das sind 2 Sekunden. Ja Leute, hier ist wir back. Ein neues Video auf diesem Kanal. Heute war der Solo Cash gewonnen. Ich und Niki dachten uns, wer mehr Punkte holt. Gewinnt die Challenge. Das bedeutet, wer mehr Punkte im Solo Cash geschafft, bekommt 100 Euro. Deswegen, Freunde, lasst uns an den Kanal für solche geilen Videos. Jeden zweiten Tag jetzt ein Video im Dezember. Vergesst du Krono Zinnovero nicht. Hier ein paar Ehrensporter, die es gemacht haben, die mir bei Insta ein Bild oder ein Video geschickt haben, wie sich was mit Krono Zinnovero gekauft haben oder einfach nur eingegeben haben. Das reicht auch schon vollkömmig. Und ich und Niki dachten uns, wenn wir 5000 Support Creator schaffen, machen ich und Niki ein Turnier, wo ihr pro Kill 50 Euro kriegen könnt. Deswegen geht Krono Zinnovero ein. Wenn ihr wollt, dass dieses Turnier stattfindet. Ich will gar nicht viel labern. Wir gehen direkt rein. Ich würde sagen, ihr seht, wir beide sind in der Lobby der Solo Cash-Cups ausgewählt. Wollen wir drücken? Gleichzeitig. Drei, zwei, eins. Das war genau gleichzeitig. Nein! Und Freunde, bevor ihr das Video zum Ende guckt, schreibt jetzt mal in die Kommentare, wer denkt ihr gewinnt dieses Duell? Niki oder ich? Wer holt mehr Punkte im Solo Cash-Cup? Ich. Ich glaube, sehr viele Leute werden auf meiner Seite sein. Aber unterschätzt Niki nicht. Oh, ich hab auch Rassi 6 gelesen. Gib mir ne Waffe. Ich bin so gut, ich bin so gut aussehend. Du bist doch nicht mal gelandet und ich hab schon meinen ersten Punkt. Hä? Hä? Die Tresor ist einfach offen. Bruder, was war das denn? Ohne Pump. Ne, der ist bei mir auch offen. Warum soll es aber Niki ne Karte geben? Ich hab direkt goldene MP. Bruder, der ist miesverpackt. Und die deine Pump. Ich bitte, ich bitte. Ja, hab ihn. Hab ihn. Ey, was passiert ihr? Ich hab ihn. Aber ich muss mindestens eine Runde die Insel einnehmen. Das sind 15 Punkte. 164. Hab ihn. Oh mein Gott, ich bin so gut. Was? Oh, das ist weit. Hab einen. Ich hab ne Idee. Ich leg die Medaille genau da ab. Und wenn jetzt einer reinkommt, weil er die Medaille sieht, knall ich ihn weg. Was? Oh mein Gott, ich hab Aimboards. Alter, hier liegt's. Guck auf die Karte. Alle kommen zu dir, ne? Er hat sie genau, er hat sie genau eingenommen. Ich hab mies Angst vor den Headshot sniped. Ja, ich hab gesniped. Und ich sag's auch noch, Bruder. Ich sag auch noch, ich hab Angst davor. Aber ich hab ihn noch getrackt. Er hat's getrackt. Oh mein Gott. Ich bin so krass. Er hat ne Medaille. Soll ich ihn wirklich fighten? Alter, ihr bist ein Ping. So, geballert. Hab ihn. Oh mein Gott, hab ich ihn geballert. Darauf wird gelacht, Bruder. Er war der größte Sweater. Er wollte nur meinen Arsch. Er wollte nur meinen. Er hat nur ne Medaille. Ich hab drei Medaillen. Die fighten. Oh, ich hab fünf Kills neben neun Leute. Ich hab wieder richtig gute Mets. Oh. Ich muss noch nen Berg oben. Ich hab zwei Medaillen. Nice. Oh. Oder was machen wir grad? Wir sind beide im Endgame. Du hast sechs Kills. Ich hab vier. Du hast mich aufgeholt wieder. Hab ein. Nice gesniped. Hey, was ist das? Er ist tot. Nein. Oh mein Gott. Die ist aber stark. Ganz easy gesniped werden. In so nem Zug. Oh, ich hätt sie lieber auf Zug bleiben sollen. Hier ist direkt Snaps. Ja. Er hat mich gesniped. Bruder, ich hab die einzig beiden Medaillen und ein anderer. Die anderen beiden Medaillen sind in der Zone. Ach, die hat Schalldämpfer drauf. Nein. Wer spielt denn mit Schalldämpfer, Bruder? Ich hasse das. Oh, Twitter. Nein. Ich bin tot. Ich muss schnell machen. Ich verlier nur wegen Sonnen, glaub ich. Oh mein Gott. Hinter mir. Oh mein Gott. Komm hier. Ja, er wird gef***t. Ne, auf keinen. Popi. Nein. Ja, war hier wegen Sonnen. Nein. Ich hab in meiner Pump gezielt. Ich wurde dritter. Mein Pump Aim war nicht drauf. Okay. Du bist sauer, Bro. Unbedingt. Ja, ich bin wegen Sonnen, glaub ich. Beide nicht geschafft. Ich wurde dritter, du zweiter. Das war dumm gemacht. Du hättest einmal sauer umgehen sollen. 4 Punkte hat Niki Mehr nach der ersten Runde. Bis jetzt. Jetzt wird Niki mit 4 Punkten. Aber irgendwie wurden die Punkte grad resettet. Ich glaub der Bug von früher ist wieder da. 4 Punkte ist kein hoher Abstand. Das sind glaub ich 2 Kills, oder? Ja, keine Ahnung. Oder 4? Oder 2 Jahre? War ne Pump? Ah, ja. Liederhallen. Oder goldene Pump. Was ist der für... Ah, vor mir, Dicker. Dicker, er ist der größte Punkt. Ich hab jetzt nicht sterben. Ja, Bill. Hast du ihn? Fuck. Die Tank ist so OP, ne? Es ist geißig. Noch einer. Nice, 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 nice. Warte, ich bin ja richtig dein Arsch, man. Bruder, der kämmt grad nicht da, ne? 110. Ich muss den Puschen gehen. Die Drecksdau. Er ist hier. Bein drin. Oh mein Gott! Er hat meine Crown geküsst und ich bedanke danach. Du... Sohn. Oh mein Gott. Er ist cracked, er ist cracked. Karma. Sohn. Das ist unglütziger. Mich, ich bin Sniper King, du verstehst es nicht. Depp. Oh mein Gott. Seine AP. Auf den Bot. Hab ihn. Nein, der Boss f*** mich. Tiago, Tiago macht Auge auf mich. Ey, Tiago macht Auge auf mich. Jetzt ist der mit ein Kabel. Mein Kopfhörer Kabel. Der hat den besten Ping, Bro. Ich kann mein Dings nicht nachladen. Hab ihn. Oh mein Gott. Sehr gut. Nein. Nein. Ich brauche ihn. Habt ein Loot? Hallo? Hier ist er. Er hat auch keinen Stein mehr. Nein. Jetzt gehen nur so viele, ne? Hier ist glaube ich die halbe Lobby, ne? Jeder will halt die Insel, ne? Jeder Einzige. Hab ihn. Oh mein Gott. Sehr gut. Nein. Ich muss schnell machen. Oh, die Sonne hat Meter. Das ist gut. Ich nehme die ein. Ich nehme die ein. Komm, komm, komm. Meins. Fight ihn, fight ihn, fight ihn, fight ihn, fight ihn, fight ihn. 15 Punkte. 15 Punkte. Man darf sich hier nicht einmischen. Fight auf der Insel, Digga. Hier sind 10.000 Leute. Du bist schon bei der Insel? Ja, hier sind 10.000 Leute. Oh. 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 Ich hab den Blut. Er ist 1 AP, ne? Ich hab ihn 1 AP gemacht. Bro, bleck oben, bleck oben, bleck oben. Oben ist schön die Aussicht. Ja! Ich hab sie! Ich hab sie. Ich muss nochmal sagen. Richtig, ich fahr sogar. Oh, der 10! Boah, was? Bro, ich bin Cyber King. Ich hab sie gesagt. Wo ist die Jumping? Wo ist das? Was ist das denn? Fight ihn, fight ihn, fight ihn, fight ihn, fight ihn. Ich bin halt gerade Endgame, ne? Hey, warum ist das bei dir so sick, Bro? Bei mir liegen 40 Leute und das anders anstackt. Guck mich auf mich, guck mich auf mich. Ich kann auch viel drauf, wirklich. Natürlich. Nein. Stop, Bro, I'm stuck! Ab ihn. Nice. Oh mein Gott, nächster Kill, Bro. Was hat Ted den gemacht? Oh mein Gott, mein Ding. Hey, ich brauch das Mad Kid. Mad Kid muss durch. Wo, Digga? Ich hab ihn nicht gecheckt. Ich hab keine Mads mehr. Ich hab keine Mads mehr. Ich hab Angst, dass hier drin einer ist. Hey, ich hab ihn nicht gecheckt. Da drin ist 100. Ja, ich bin tot. Ich muss gut nach hinten. Nein! 110. Oh mein Gott, warum war das kein Hitshot? Bei mir ist Sound, Nicky. Bei mir ist Sound. Das kann der Win sein. Nein. Nein. Ich hab noch einen. Oh mein Gott, das hat er gemacht. Er hat keine Wettbewerbs. Nein, der Slow. Nein, der Slow. Nein, der Slow. Wie Scheiße bist du? Bro, der Pummel ist nicht mehr getroffen. Hör auf. Nein. Oh, ich hab einen Win gegeben und kill. Oh, er hat geslipet durch Fenster. Dass ich sowas verkacke, Bruder. Du bist so gut, aber. Ich mach den Trick wie du. Was machst du? Etwas time. Bro, du kannst das sehen. Wenn ich etwas time werde, ne? Gepis. Dann ist natürlich so Arasch. Bro, was hab ich mit ihr gemacht? Und wo kommt der? Von der Seite oder von meiner Seite? Nein. Oh mein Gott. Ich hab's so verkackt. Sag ich ehrlich. Der vertraut nie wieder eine Crown. Der vertraut nie wieder eine Crown. Und die Sniper ist so lecker. Ja, ich wusste es, dass hier noch einer käme. Es war so klar, Niki, dass sie aus diesen Geist kann, wie die spielen. 41 Leben ist hart. Und der Biggie ist jetzt auch weg. Aua. Was macht der? Was macht der? Was macht der? Was macht der? Ehrlich, wenn nicht du wäre, auf dieses Spiel zu spielen. Wie kann man so schlecht spielen, so dreckig spielen und trotzdem auf die Fresse kriegen? Ich brauch unbedingt den Tresor, ne? Das ist doch die Karte, oder nicht? Einen hab ich noch nicht. Dafür hab ich keinen Bock. Wer bist du? Ja, einer, ein Gegner. Ich weiß auch nicht mal, ob er vorne ist. Oh! Geil Sinn! Bruder! Ich geh unterhause wechseln! Die ist aber gut eigentlich. Ich glaub ich spiel die sogar. Cracked. Ja! Hässliger! Du hässliger! Aber er kriegt alles. Hast du noch einer, Bruder? Bei dir ist Landparty oder so. Irgendwie jeder ist da. Bruder, was hat der geraucht? Er denkt, er hat eine Wall gebaut, aber da war keine. Der ist gerade richtig drauf. Ja! Das sieht nicht so gut aus. Hoppen! Er hat Müll ja doch. Ja, aber er hat so gar kein Leben. Das ist hart, ja? Ja! Aber ich hab wieder gar kein Leben. Du bist geistkrank. Da vorne ist auch einer im Haus. 116. Ich muss eigentlich drauf. Aber hier ist direkt einer mit Migador. Was? Migador, Digga, oder? Migador, Digga, oder was, Junge? Was laberst du? Erzähl ich. Ich muss ihn durchbekommen. Ich komm trotzdem bei einer Pusten. Alter, ich hab ne perfekte Sicht um den Sohn. Das fühlt mich gut hier grad. Oh, Matt, Piggy, Armini. Der wird auch zu ihm so. Ah! Ihr seid zu... Niki, bitte. Niki, bitte. Du gehst so schnell. Bruder, will ich nicht spielen? Voll. Renn, du Fettsack. Du brauchst so lange, um nachzuladen. Was? Es leckt so krank. Und der gibt mir Wampum. Er tanzt. Das ist ja gut. Ah, ich muss nochmal abgeladen. Armini. Och, Digga. Meinst du mich, oder? Oh, mein! Bruder ist stecken geblieben. Deswegen. Er riecht so in den Arsch. Schau mal, Groundrick. Keiner, Groundrick. Ist das ein ekliger? Oh, mein Gott. Mann, wie spielt der? Bruder, wie spielst du? Lass mich doch Leben geben. Ich knall den weg. Oh, mein Gott. Ich hab mir so kein Auge machen. Junge, wer beseit dir die ganze Zeit auf mich? Jaaaa. Ich hab ihn vor Ort. Oh, du willst meine Metz nicht sehen. Ja, ich bin schon wieder tot. Ich hab er nicht. Oh, du bist weg. Du bist weg. Zum Glück. Ich will da richtig draufhauen, ne? Ja. Wiss ich. Ihr seid zu ha**-persön, ne? Ja. Oder er riecht den Tresor, weil er den besten Drop hat. Ja, er kämpft hier. Oh, Mann, ich will keine Waffe aber leben. Wenigstens. mein gott man was war das denn meister ist keiner alles ja noch einer er hat der beste wir müssen zehn tonen bei so einer insel das ist ganz gut aus bruder er ist der beste man nicht so denn ich finde damit habe ich gewonnen oder ich würde sagen freundlich wieder meine runde aus dass der win oder hast du nun die was schreibt einfach kleine spende meine hand tut so weh digga die frage ist einfach nur bei mir call ich mich ist auch mein letztes game oder nicht ich brauche ungefähr 77 punkte für crawl ja ja nein ich wollte tänzen rennen erst auf dich nein bruder was passiert hier bei dir sieht es ja nicht so gut aus du hast es wie viel 90 oder so ich würde gerne verlarmen vorhin lasst euch gerne den kanal für mehr solcher videos man geht es den gröner gods in den logo nicht und ich würde sagen bis zum nächsten wieder haut rein und peace superhero post sometimes noch eines nicht so оту bruzil dass google courraben ён